Hi, ich bin Christian. Auf meiner Reise durch Deutschland werfe ich für dich einen Blick in den Arbeitsalltag von Impuls Soziales Management. Genauer gesagt nach Emden in Dat Käferhus. Dat Käferhus ist eine komplett überdachte Kindertagesstätte, in der man auch toll drinnen spielen und toben kann. Als betriebsnahe Einrichtung der Volkswagen AG werden hier bis zu 130 Kids im Alter zwischen vier Monaten bis sechs Jahren betreut. Aufgeteilt in sage und schreibe sechs Krippengruppen und zwei altersübergreifende Gruppen besteht das multiprofessionelle Team zum Zeitpunkt meines Besuches aus 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Kindertagesstätte überzeugt mich sofort mit den besonders großzügig geschnittenen und toll ausgestatteten Räumlichkeiten. Wetterunabhängig kann hier gespielt, getobt, entspannt und sich kreativ beschäftigt werden. Und trotz der Größe der Einrichtung wirken die Gruppenräume so gemütlich und familiär. Im Krippenbereich stützen sich die Fachkräfte auf die Philosophie von der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler. Und wie wir am gewaltigen Sinnkreis zu sehen bekommen, arbeitet das gesamte Team vor Ort Hand in Hand. Die hauseigene Frischküche unterstützt das Bild einer bewussten Ernährung. Und da Impuls Partizipation groß schreibt, darf hier jeder beim Servieren und natürlich auch beim Tischdecken mithelfen. Guten Appetit! Was ich persönlich richtig toll finde, ist, dass im Kärferhus sogar teils auf nordischem Plattdeutsch gesprochen wird. Das werdet ihr gleich im Interview noch hören. Und da mir das Wetter heute einfach nicht wohlgesonnen ist, werfe ich nur kurz einen Blick nach draußen und mache es mir dann doch drinnen gemütlich für ein kleines Päuschen. Gute Nacht! Liebe Frau Neumann, was ist denn für dich das Besondere hier zu arbeiten? Für mich ist einfach das Besondere. Ich war von Anfang an dabei, wie hier eröffnet wurde. Wir haben mit eingerichtet. Einmal habe ich die Entwicklung gesehen. Dann, was hier das Haus zu bieten hat. Also wir freuen uns immer oder freuen uns im Besonderen darüber, dass wir mit den Kindern hier zu jedem Zeitpunkt im Indoor-Bereich oder hier in der Turnhalle uns bewegen können. Wir haben große Räume, wir haben unheimlich viel Platz, um uns zu bewegen und sind auch jetzt gerade auf dem Weg zur Bewegungskindertagesstätte. Ja, wir sind ein sehr großes Haus. Hier treffen viele Persönlichkeiten aufeinander. Jeder hat seine eigenen Stärken und Ressourcen, die er einbringen kann. Ich denke, das ist was Besonderes. Wir sind ein Hehlgroden-Inrichtung. Wir haben hundertartige Kinder und haben Hehlbült-Mitarbeiters. Wir haben Küken, da wird immer frisch gekocht. Wir frühstücken miteinander, wir essen miteinander zum Mittag. In jeder Gruppe sind viele Kinder und die sind alles alles. Wir haben Hehllöchchen-Kinder, die sind viel mehr und alt und haben Kinder, die sind alle drei oder drei und halb. Ich arbeite hier total gerne und man hat viele Kollegen auch und dort kann man viel voneinander lehnen und hat hier immer viel Spaß. Hast du auch Lust, ein Teil vom Käferhust zu werden? Dann bewirb dich doch bei uns. Tschüss! Pratsch! Pratsch! Vielen Dank.